Erlangen ist die achtgrößte Stadt hier in diesem Bayern. Was zeichnet uns aus? Wir sind ein sehr starkes Arbeitsmarktzentrum. Und in dieser Stadt findet man natürlich viele interessante Firmen mit vielen interessanten Arbeitsplätzen. Klar ist der Siemens hier zu nennen. Wir haben aber natürlich auch unsere tolle Universität. Es ist die größte von Nordbayern, die zweitgrößte von Bayern mit einem internationalen Ruf. Wir haben zwei Fraunhofer-Institute und wir haben ein Max-Planck-Institut. Da geht es um die Physik des Lichts. In diesem ganzen Konglomerat von dieser Universitätswelt, von dieser Forschungswelt und von dieser Firmenwelt kann man natürlich in dieser Stadt auch sehr schöne Tagungen und Kongresse abhalten. Diese Stadthalle ist sehr fußläufig in der Innenstadt, sehr, sehr gut zu erreichen. Wer hier tagt, der hat einen kurzen Weg vom Bahnhof hierher. Wir sind aber auch mit einer Buslinie direkt hier außen, ganz wenige Meter von hier, auch mit dem Nürnberger Flughafen verbunden. Und was ganz wichtig ist für diejenigen, die tagen, viele, viele Hotels. Und Allangen ist wirklich die Stadt der kurzen Wege.